Hallo, wir, die F5 von SC Spille-Fanhaus, bedanken uns ganz herzlich bei den Mitarbeitern der Physiotherapie Michael Nehring für die Nominierung. Wir haben uns super gefreut, müssen euch aber enttäuschen. Mit dem Grillen wird es nichts, denn hier kommt unser Beitrag. Wir haben uns super gefreut, 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 Applaus 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 Ja, das war der Beitrag der L5 vom SC Spelle Femmhaus. Ähm, ja, wir ruminieren, ähm, die Ahrtal Basis aus Verhandlung mit dem Vorsitzenden Jürgen Siegert. Applaus Applaus Ja, wir haben 72 Stunden Zeit Ihren Beitrag zu leisten und wir wollen auch eine dritte Gruppe nominieren und zwar, ähm, den Kegelklub aus Reine, die Überflieger. Und urlaubsbedingt geben wir denen bis nächste Woche Samstag Zeit. Dankeschön. Applaus 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 Applaus